Es waren einmal zwei Babys. Henry und Tommy, die nach der Geburt vertauscht wurden. Wie ist die alles über die vertauschten Babys? Aus Henry wurde... Der 15. Herzog von Bournemouth. Und aus Tommy wurde... Ein alter Hippie. Nein, nein, ich bin Inder. Gein Kuss für deinen Mami Ranji. Sie wurden die besten Freunde. Kommen Sie, jetzt ziehen wir uns zur Show rein. Also als Hamlet war die einmalig. Aber dass es eine nackte Bananen-Nummer in Hamlet gibt, Tommy, das ist eine tropische Interpretation. Sie sind einmal betrunken. Doch eines Tages... Das macht gar nichts, Butler. Wir sind es nämlich auch. ...entdeckte Tommy... Sie sind adoptiert worden. Sehen Sie? Das sind Sie. ...dass Henrys Familie... Sie erinnern mich an meinen verstorbenen Mann. Ich müsste Sie allerdings mal nackt sehen. ...und sein gewaltiges Vermögen... ...ein würde ich dafür geben, hier wohnen zu dürfen. ...ein eigentlich ihm zu starten. Ich bin das Bournemouth Baby. Eigentlich müsste ich Henry sein. Natürlich wäre das etwas ganz anderes. Jetzt wäre der ja nicht eifersüchtig. Wenn er sterben würde. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Das ist doch wohl völlig klar. Irgendjemand füllte Helium in Henrys Tauchflasche. Jetzt gib mir alles. Alles okay, nichts passiert. Später kam jemand auf die Idee mit dem Pool reinigen. Unfälle kommen vor, nicht wahr? Menschen fallen aus Fenstern. Jagdunfälle. Werben! Autounfälle. Jemand versucht, Henry umzubringen. Das ist doch Unsinn. Nehmt den Elch von mir runter. Unfälle. Sehen Sie Rick Moranis, Eric Iver, Barbara Hershey, Catherine Zeta-Jones und John Cleese in einer explosiven neuen Komödie. Und ewig schleichen die Erden. Gar nicht mal so übel. Hö? Untertitelung des ZDF, 2020